Sie sind hier, 6. Oktober 2018, 15.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Dodi Luque Bacchio sorgte bei Fortuna Düsseldorf für Ärger, Urheberrecht, Getty Images Freitempfunke greift bei Fortuna Düsseldorf hart durch. Dodi Luque Bacchio steht wegen mangelnder Disziplin nicht im Kader für das Spiel gegen Schalke 04. Dodi Luque Bacchio, 21, ist am Samstag kurzfristig aus dem Kader von Fortuna Düsseldorf für das Meisterschaftsspiel gegen den FC Schalke 04, Ticker, geflogen. Wie der Aufsteiger via Twitter mitteilte, war der belgische U21-Nationalspieler am Vormittag zu spät zur Mannschaftsbesprechung erschien. Daraufhin strich Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel ihn aus seinem Aufgebot für das Duell am 7. Spieltag. Luque Bacchio war im vergangenen Sommer von RSC Anderlecht zum FC Watford gewechselt und an den Aufsteiger aus Düsseldorf verliehen worden. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017